Was hat dieses Geräusch eigentlich mit einer Alarmanlage zu tun? Das möchte ich Ihnen erklären. Schnatternde Gänze waren im antiken Rom, die Ritter der Stadt, als diese nachts von den Galliern angegriffen wurde. Die schlafenden Bewohner wurden durch das laute Schnatter geweckt, so dass der damalige König noch Zeit hatte, die nötigen Verteidigungsmaßnahmen einzuleiten. Seither genossen die Gänze bei den Römern besondere Verehrung. Aufgrund ihrer Lärmfähigkeit, Wachsamkeit und einem extrem guten Sehvermögen wurden die Gänze selbst Hunden vorgezogen. Noch heute kommt die Gans in schottischen Destillen als Whiskywächter zum Einsatz. Auch das amerikanische Militär nutzte die Gans als Wächter einer technischen Militäreinheit in Deutschland. Also waren Gänze aufgrund eines Zufalls einer der ersten Alarmanlagen, welche in der Weltgeschichte zum Einsatz kamen. Die erste moderne Gefahrenmeldeanlage wurde im Jahr 1853 erfunden. Damals entwickelte Augustus Russell Pope, ein Erfinder aus Somerville bei Boston, die erste elektromagnetische Alarmanlage. Sie reagierte auf das Schließen eines parallel geschalteten Stromkreises. 1857 wurde Edwin Holmes auf die Erfindung von Pope aufmerksam und kaufte die Rechte an diesem Patent. Er gründete das Unternehmen Home Electric Protection Company. Aufgrund seines intensiven Marketings rund um seinen Einbruchsalarmtelegrafen erzielte er den wirtschaftlichen Durchbruch dieses Gerätes. Mittels der Nutzung des New Yorker Telegraphennetzes konnte sogar das erste Alarmleitsystem aufgebaut werden. In den heutigen Sicherheitsmanagementsystemen werden verschiedene Gefahrenmeldeanlagen in einer Zentrale, dem sogenannten Security-Leitstand, zusammengefasst und organisiert. Grundsätzlich ist aber zu erwähnen, dass Alarmanlagen nur die Aufgabe des Alarmierens und des Meldens haben. Sie können nicht unbedingt aktiv den Täter von seiner Tat abhalten. Hierzu benötigt man zusätzlich mechanische Elemente, wie beispielsweise einbruchhemmende Fenster und Türen. Grundsätzlich empfehle ich Ihnen, bei Ihren Sicherheitsprojekten immer einen Sicherheitsfachmann hinzuzuziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017